So, herzlich willkommen! Entschuldigung, ich wusste jetzt nicht, wie Arden sagt. Für deine Vision, wo wir schon in der Mission sind. Rettung der Zivilisten. Ja, da war ich näher dran, als gedacht. Richten Sie denen aus, dass Sie nicht einfach unschuldige Bürger aus Ihren Reisen können. Verstanden? So, da ist es sich genau ausgegangen mit den 131 Schuss. Die beste Waffe ist sie nicht, aber es hat viel Munition. Den Bereich sichern. So. Sind sie da drin, oder? Ja. Oh, shit! Oh, ich muss mich zurückziehen. Ich auch. Das ist ein guter Spot. Oh. Danke. Links, links. Links, links. Oh. 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 Oh, danke. Okay. Gib mal ein Stück vor. So, Sniper. Oh, scheiße. Aber was ist das? Manchmal so eine Sicherung. Ja, ist das ja auch gleich. Ist der verpufft? Ja, ob gleich. Ja, ob gleich. Wir haben eine verloren. Gib mir mal eine Chance. Das ist ja schon. Okay, das schaut ziemlich kräftig aus. Ich probiere das jetzt mal. Ja, ich zeig dir das Praktik-Ding und... Ja, den hab ich eh auch. Hast du schon probiert? Ja, bisschen besser ist es, finde ich, bei meinen Waffen. Ich find's extrem besser. Rechts von uns. Bei den Hauptmissionen, da meine Elite-Gegner kommen, bis wir das einsetzen abgesprochen. Ja, das braucht aber so lange zum Aufladen, gell? Ja, drum teuer, wir müssen absprechen. Rechts von uns. Rechts von uns. Da muss ich sie rauf, kommt einer. Ah, der ist aber noch nicht da und da einer. Oh shit, der Kopf ist weg. Ah, das sind über viele Snap-Boys, oder? Mach weiter Druck! Haltet sie auf! Bleiben wir an! Schließt sie ein! Oh, der eine nervt. Oh Gott! Macht weiter Druck! Oh! 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 Halt! Schloch! was so ein bisschen wie im anderen land sehr gut bei mir ist es bald aufklagen die dritte fähigkeit und da kommt gespannt das wird sich auch nicht so na gut dann gehen wir mal runter wenn sie denn sie die geschütze aus und machen so den weg für den angepasst alles was danach auch shit geschützt wird sich schon bei euch haben ich habe sie noch diese cbs und abend Ja, schon. Ohhhhhhhhhh Boah! Elite geht, oder? Ja. Es ist Elite geht, oder? Yes. Pass. Okay, wir haben jetzt beide unsere Vorfängste. Verurscht. Nein, du bist in meinem noch im Radius drin gewesen. LNB-Scout hat sich schon überlegt. Wir können erst zum Terminal vorrücken, wenn die Geschütze ausgeschaltet wurden. Verstanden. Halten Sie die Stellung ab. Glaubst du, du kannst dem LNB entkommen? Nein, scheiße! Pass auf! Nur mal her. Kanate. Oh! Okay. Kommt raus. Oh! Oh! Okay. Oh! 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 Oh mein Gott! Da ist man jetzt. Es wird schon zu lang der Tag. Oh shit! Ja! Zurück, zurück! Der schweren Beschuss! Das LNB hat da! Shit! Was zum Teufel war das? In Deckung! Alle Mannen! Agent! Im Kreuzfeuer ist eine Gartenleitung hochgegangen! Wir haben keine Zeit mehr! Schalten Sie sofort diese Geschütze aus! Alter! Was ist mit dem? Das ist jetzt wieder auf und zu kurz. Okay. Okay. Ein, ein Gedanke. So. Koffer löge ich aus. Eine Saison. Ich mache jetzt dazu. Kommt noch einer mit der Schrotfinkel wieder, rechts. Oh, sehr schön. Hälfte haben wir ungefähr. So eine geile Mission. Aber die Hälfte haben wir. Ja. Oh, Karte. Komm, welche? Wusste nicht, wie viele ich immer dachte, sicher selber. Oh, shit. Oh, shit. Munition hast du aufgefüllt? Alles gut. Gibt es Neuigkeiten aus dem Tunnel? Wir glauben, es war eine Gasleitung. Das Feuer ist unter Kontrolle. Was ist mit dem zweiten Angriff? Vermutlich von der Explosion ausgeschaltet. Team Viper auch. Hat es jemand zurückgeschafft? Negativ. Riley ist unterwegs, um nachzusehen. Ich wünschte, ich könnte mal eine Pause machen. Na gut dann. Oh, shit. Jetzt war ich sicher hier so. Okay. Komm. 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 Oh. Shit. Jetzt bin ich down. Ich auch. Hallo. Ich habe mich bescheiden. Ah, der KV wird jetzt zerstört. Das war jetzt nicht so gut. Nope. Beschützt 3 wird langsam etwas heiß, aber ist noch alles gut. Jetzt ist es ruhigkeitslos im Tunnel. Wir glauben, es war eine Gasleitung. Das Feuer ist unter Kontrolle. Wann ist mit dem zweiten Angriff. Vermutlich von der Explosion ausgefaltet. Team Viper auch. Hat es jemand zurückgeschafft? Negativ. Riley ist unterwegs, um nachzusehen. Du machst die Linke natürlich die Rechte. Okay. Wenn sie zu nahe kommen. Oh. Geh runter. Ja. Wow. Oh. Den habe ich gerade nachklären. Den habe ich nicht gesehen. Das war taktisch. Gut. Ich kann mal wieder rausgehen. Kommt los. Na komm da. Na komm da. Na komm da. Wie wird das Feuer hier fällt? Ah, so eine Elite. Oh, schön. Oh. Ah, die MPs. So. So. So habe ich auf dich geschossen zuerst. Oh. Oh. auch immer so immer der auf der Seite der hat Kanadwerfer nur nicht sterben ich dachte nicht dass du so schnell noch einen Karate nachwirft bis zu der Zugriff auf Abwegsystem Zugriff erfolgt Schalter automatische Geschütze aus Geschafft, die Geschütze sind erledigt Schlagen Sie sich zu unseren Truppen durch und machen Sie den Sack zu die Verstärkung ist unterwegs Oh shit Oha Ich habe die andere Farbe Oh nein, ich bleibe da Oh Kanate Da wirft Kanate wieder Oh, das ist auf links und auf links Sehe ich nicht Oh Bin down Ich habe keinen mehr Ich habe noch einen Er ladet darauf erst Oh Danke Ich glaube du vergisst aber jetzt noch früh das Waffen wechseln Bitte? Du hast am Anfang gut gemacht als das Waffen wechseln Das machst du glaube ich nicht mehr Stimmt Boah da rein zu Granate reinwerfen wir gell Wuuuh Die Macke alle gerade Ich habe auch einen reingelassen, nämlich... Achso, ich auch... Achso... Oh! Das ist jetzt ein richtiger Straßenkampf, Alter. Oh, Elite. Zu mehr, Elite. Oh, ich stehe mich wieder ein bisschen zurück. Habe ich auch mit seinem Ganat getroffen. Deiner hat getroffen. Meine Ganat hat getroffen, deiner hat getroffen. Da haben wir. Oh, ich habe da. Oh, ich habe da. Oh, ich habe da. Oh, ich habe da. Oh! Oh, ich habe da noch vor. Ich gehe mit der Ganate, ich gehe mit der Ganaten müssen. Oh, der Sniper ist eigentlich ganz hinten. Mehr Sniper, glaube ich, jetzt. Wo habe ich denn? Pasens. Warte, ich lege den Koffer. Linken habe ich gleich. Okay, jetzt ist der neuer links. Ich höre mich da rauf. Haubein. Haubein. Komm Leute. Komm Leute, kommt einer durch bei dir. Hier. Oh. Oh. Warte, wir haben keine Ahnung. Warte. Ich muss jetzt beide nachladen. Oh, darum ist noch ein Sniper rechts. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Oh, die Granate hat mich drauf. Du brennst. Du brennst. Ja, wir sind. Oh. Alter, ich habe doch eh mich gekeilt. Ja, aber du brennst der Warte. Dass deine Mine ist bei dir explodiert. Wirf sie lieber. Das glaube ich jetzt sicher, wenn die dagegen was machen können. Ah, ich bin auch jetzt. Ich versuche mich hinzukämpfen ein bisschen. Ich gebe Feuerschutz. So, ich glaube nach. Ich komme auch zu dir jetzt. Knappe runter. Oh, Knappe. Bin tot. Scheiße. Scheiße. Oh. Weil ich ziehe mich mal zurück. Ja. Ich fände mich. Der Koffer habe ich dabei. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich brenne. Und ich habe nichts mehr zum Heilen. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ich habe mich zurück. Der Färber. Oh, ganz schwer auf ihn. Zieh mich zurück. Was stimmt? So, dann sind wir weg. Was? Den haben wir gleich. Ist jetzt Taktiklink? Oh. Softkanat da wieder. Da brennt es gut. Einschuldigung. Ja. Verteidigen. Scheiße. Wow. Pass auf. Oder sind das unsere? Oh, okay. Das sind unsere. Pff. Achtung. Feinde im Anmarsch. Deckung suchen und eingraben. Hast du Munition genommen? Nur ein nehmen. Achtung. Was wir auch halten können. Oh, habe ich gesehen. Verstanden. Einheit Alpha über die Rampe. Wir brauchen die... Die kommen schon von vorne. Bewegung. So. Von den Reifen geschossen. Wir beginnen trotzdem weiter vorne. Zieh dich zu dem linken Auto davor. Ja. Falls sie uns zurückbringen. Genau. Ja. Da habe ich dort den rechts von mir. Ich habe mich da Karl kann. Oh, einer hat uns überrahmt. Bist du weg von dem Auto? Ja. Ich habe mich zurückziehen müssen, weil wir mich überrahmt haben. Ich gehe jetzt wieder hin. Dann gehe ich da nämlich hin. Ich gebe uns ein bisschen. Power. Es war da oben. Soll ich es jetzt mal? Haben? Koffer. Sehr schön. Ich muss beide Waffen nachladen. Das hat er rüber gekippt. Hast du Taktik ging? Dann jetzt. Oh. Jetzt. Ein Baller voll auf den Kopf. Und dann geht's. Zieh dich zurück wenn es geht. Okay. Ich habe es schon nicht mehr geschafft. Der kommt auf dich zu. Der kommt auf dich zu. Der kommt auf dich zu. Oh. Oh, ich habe kein Leben mehr gehabt. ich hab dich gewarnt ja ja aber ich dachte nicht dass das so nah ist er ist vor uns gestanden in zwei minuten hast du einen taktik linken lang oder was zu warten nicht mehr ich hab noch gesehen medipack ich bleibe da du bleibst dann hinter mir sollen wir nicht mehr gleiche linie bremmen und ich bleibe den auto genau ich glaube ich habe da mehr mit dem boom sind immer was auf granate granate zu spät okay ja 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 Und jetzt kommt die Liebte. Jetzt zieh ich mich. Okay, da steht schon ein Alpes jetzt. Ich glaube da vorn so lang es geht. Ja. Koffer habe ich jetzt aber gerade ausgelöst. Ja, ich habe auch einen Koffer. Okay. Oh, ich habe es genau nicht geschafft. Ich habe es gewusst. Oh. Oh, ich bin das sehr... Da muss ich auch noch wirklich ganz zurückziehen bei denen. Oh, ich weiß nicht warum das jetzt nicht klappt. Wasser müssen wir auch nehmen. Wenn die kommen, sofort, dass wir mehr Schaden machen. Das habe ich jetzt auch vergessen. Zwei Mal. Ja, das wird eine über, über, über lange Folge. An alle. Verstärkung des LMB sind zu Ihnen unterwegs. Beziehen Sie Abwehrstellung und graben Sie sich ein. Okay. Ah, Nahrungskonserve haben 40% Hellerms effekt. Ja. Ja. Und wir nehmen die Einheit Alpha überlegen. Einfach draufhalten. Neukalat außen. Ah, okay. Ah, okay. Oh. Nicht wie wohl, dann ja. Oh. Ich muss jetzt am Entdeckung bleiben. Ich bin ganz, ganz rot jetzt. Okay. Ich hoffe, er leidet mich hier auf. Ich bin auch gut. Sie sind da. Siehst du dich ganz zurück und ich dann zu deinen Autos? Warte. Oh. Shit. Bin down. Topfer. Komm. Oh. Okay. Was ist das? Ich weiß. Ich habe keine Galaten mehr. Der rechte ist gestorben. Der umrennt mich so. Ich sehe. Eieiei. Was? das ist echt heftig jetzt das nachladen müssen gibt es ja nicht das war ja stimmt ich habe mich mal zum auto vor ich hoffe dass es nicht kommt Ja, ja. Okay, naja. Okay, ja. Okay, ja. Okay, ja. Okay, ja. Oh. Ruckzug. Wiederhole. Ruckzug! Die sind zu gut verschanzt. LMB-Truppen in der Grand Central. Grand Central, Meldung! Sir, Sie rücken ab! Wir haben gewonnen! Ha! Mal sehen, wie Blizz das verkraftet! Gute Arbeit, Leute! Ich bin verdammt stolz auf euch! Geschafft! Ja, geschafft! Das hier gehört jetzt uns! Ja, haut lieber ab! Ja! 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 Ja, Leute! Dann sehen wir es mal! War das LNB-Video, war das jetzt angezeigt? Stufe 28. Kommt das jetzt noch, das Video, oder? Das Last Man Battalion bereitet sich auf das letzte Gefecht bei der UNO vor. Na, schaut nicht so aus! Steht noch den Bereich verlassen, das machen wir noch! Wir haben gerade ein Handy-Video entdeckt, das zeigen, wie wir Ihnen das gerade vorgehen! Ist nicht schön, aber gut zu wissen, mit wem wir es zu tun haben! So, Video! So! Bitte, bitte, ich brauche hier! Hör zu! Ich will folgendes kurz zur Aufklärung! Warte, bitte! Warte, warte, weg! Warte, und zu! Warte, warte, vorsteh, 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 vorsteh. Guck! Fick dich! Motherfucker! Ich stelle dir deine Verzapen! Sieh! Bitte nicht schießen! Ich möchte mich euch anschließen, ehrlich! Ich habe Infos! Du hast einen Kapitel. Ja, ihr seid! Alles klar! Los, aufstehen! Hey! Du da! Los, gib das ja! Gut, dann war es das Video vorbei, bis zum nächsten Mal, bis dann noch dran, ciao. Ciao.